Monte Epomeo. Der höchste Berg von Ischia. Das ist ein wahres Monster. Ich glaube, er ist 890. 700. Egal, rauf und los. Monte Epomeo. Wir haben genug Kirchen gesehen. Ab aufs Fahrrad. Kann man jemand die ganzen Autos weg machen? Und überhaupt, wo ist der Berg? Selbst auf den Nebenstraßen in Ischia. Das gibt es doch nicht. Wo kommen denn die ganzen Autos her? Ich dachte, das wäre ein kleines ruhiges Inselchen. Da stehst du sogar mit dem Radl im Stau. Wenn man nach der Steigung geht, haben wir den Berg gefunden. Aber selbst auf den kleinsten Straßen... Ein Auto nach dem anderen. Eine Serpentine mehr würde nicht schaden. Ja, komm doch her, du Hund. 25% Da lächst sie nieder. Das ist doch mal ein Motor für mich. Der Berg ist zu steil, du bist zu schwach. oder du hast keinen Motor am Fahrrad. Aber so geht es auch. Ich glaube, wir sind bald oben. Sind wir jetzt bald oben? Mit kürzeren Haaren kriegt man das Rad auch leichter rauf und runter. Ohne kleine Insel ist es ein ganz schön großer Berg. Der Pomeo. Ich glaube, wir sind da. Du schwitzt ja ein bisschen. Wo ist die Sonne? Gipfel-Bruhenzeit? Gipfel-Bruhenzeit. Kettle am Heizofen? Was ist da los? Sieht ganz angenehm an. Aber es ist Sommer. Na gut. Da waren wir gerade oben. Monte Epomeo. Na ja, sieht gar nicht schlecht aus. Grüß Gott, du Schwein. Ah, das sieht ein bisschen garstig aus. Ja, und gut, dass du den Geruch nicht mehr drauf hast, weil es stinkt abartig. Ich wäre auch garstig, wenn ich in so einem tollen Mini-Betonstall wohnen müsste. Ja, ich war eigentlich total dreckig. Ah, du armes Schwein. Dann würde ich dich nicht irgendwo auf eine Wiese rauslassen. Wahrscheinlich gefällt es dir in dem Dreck. So. Claudi, wenn du mehr Views willst, dann nehmen wir jetzt dich und stecken dich da rein und machen eine Runde Schlamm-Ketschen mit Schwein. Das wäre doch super. 9. N paganние Worms Knoppen Probe. 1. 2. Und Sehr geiler Trail. Ja, der gefällt mir auch. Wo geht es jetzt weiter? Ich glaube hier ist ein Wegweiser. Bu-keh-to, aber altmodisches Zeug, Gala. Diese Pampe hier ist ziemlich glatt. Hey, ich stehe jetzt extra hier, damit es dich hier aufs Maul haut. Das ist total gut. Das ist da das Castello von Viskia da unten. Ich glaube da wohnen wir irgendwo. Wir wollten doch eigentlich auf die andere Seite. Ja, mei. Wie geht es hier lang? Was ist da lang? Halt mal kurz an. Du hast totales Gemüse in der Bremse. Was ist da? Haben wir geerntet? Kette, Trail zu Ende. Geiler Trail. Haben Sie gerochen? Lecker. Prost. Prost. Ba-da-da-da, Untertitelung des ZDF, 2020